Mann, ey, wir müssen hier so lange warten, Kasper. Ich weiß, ich will doch nur einmal zum Arzt, sag mal, ohne dass man da lange warten muss. Guck mal, so viele sind noch vor uns einfach, ne? Wie viele sind vor uns? Äh, oh, 5267? Was? Und alle steilen Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wieso Hilfe? Ähm, okay. Ich glaube, weißt du was, lass uns lieber hier wieder nach Hause gehen, okay? Okay, 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 aber hast du eine Sache gesehen und zwar unten links, wenn wir nämlich so Notizen einsammeln? Nicht, dass wir hier irgendwo direkt schon eine vergessen, weißt du, dass hier irgendwo schon eine ist. Ah, das sind Rechnungen, stimmt, zehn Stück, zehn Rechnungen. Hallo, ich habe einen Termin um 12, ich würde gerne wahrnehmen, ist das noch frei? Hau ab, Junge! Hallo, du hast 5267 Patienten vor dir, was ist eng zu denken, Kasper. Wahrscheinlich ist es nicht mehr frei. Hier ist eine, wie kommen wir da nicht ran? Achso, okay, gut. Äh, also echt, Digga, so ein Pranker geht jetzt los. Ja, okay, hier die Hilfe, Türen. Da werden auch deine Tode gezählt unten, also du kannst hier nicht cheaten oder so. Oh, oh, stimmt, ja. So, und ist jetzt hier auch irgendwie... Äh, ist hier irgendwo noch... Hä? Wäre schlecht, wenn man hier irgendwo... Nee, hier müssen wir oben durch den Lüftungsschacht einfach nur... Oh, man muss noch aufkriegen. Oh, Hilfe! Ach, Mann, oh, aber egal, ich habe aufgemacht. So, okay. Ah, so sehen die Rechnungen aus, sie sind also eigentlich nicht so schwer zu übersehen. Hallo, wieso schaffe ich den Sprung hier nicht? Und... Achso, okay, einfach so easy. Die erste Rechnung habe ich jetzt einsammelt. Ey, Bro, Glass Bridge, oder? Nee, okay, ich dachte gerade... Nein, kannst du mal... Ganz smaller Dinge ins... Einfach nur ein Weg? Oh Gott, okay, komm. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den Weg gegangen sind. Nee, ich auch nicht. Also, ich will eigentlich nur den Arzt finden. Ich will den mal fragen, wie viele Patienten sind. Es sah eigentlich ein bisschen anders aus, ja? Okay, dann komm, lass mal hier. Oh Gott. Hier weitergehen. Also, echt. Digga, ich dachte, wir hätten genau das Gleiche. Und dachte ich so, okay, komm, wir machen noch. Ja, ganz toll, Alter. Jetzt habe ich einen Tod. Tja, das ist das Leben, ne? Würde mich sehr belasten. Verdammt, ey. Okay, jetzt ist hier auch noch... So, weiter geht's, ja? Hier sind auch noch weitere Dinger. So Medizinkästen. Das ist ja nicht gerade passiert. Ich bin doch müde. Spielst du mit deinen Füßen, oder was? Ich spiel mit der Nase. Ich glaub, ich spiel mit deinen Füßen. Gar nicht. Mit deinen Füßen, glaub ich einfach. Ich bin Profi, weißt du doch. Okay, hier runter. Okay, dann haben wir... Oh. Mitnehmen wir die Rechnung. Zack, die nächste Rechnung, sehr gut. Die kann ich mir gleich einreichen. Die Krankenschwester wird in Kürze bei dir sein. Okay, gut zu wissen. Ehrlich? Okay, sehr gut. Das ist natürlich optimal zu wissen. Sind das Marshmallows? Ich glaub, ja, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ach so, was ist denn das? Ganz vorsichtig. Dann sind wir wieder runtergefallen. So, zack, zack, zack. Dann können wir hier auch schön hochgehen, sehen wir jetzt gerade. Hier schön, jawohl. Das sind so Bonbons, ne? Hier liegt die schön hoch. Okay. Sehr gut. Ja, uh, hier sind sogar liegen vor uns. Hä? Sieh, was ist denn das hier für ein leuchtendes Material? Oh mein Gott, guck mal, hier eine Kettensäge. Das brauchen wir doch nicht beim Arzt, eine Kettensäge. Nee, 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 ich glaub echt nicht. Ich glaub, das ist ein bisschen so Horrorarzt oder so. Okay, dann... Okay, rauf auf die Liege, ja, und... Ey, um, hier ist die noch voll weg, die Liege. Also echt. Trinkt aber auch nicht zu dir ab. Du hast schon drei Tode. Du hast mehr Tode, als du Rechnungen hast. Ja, Bro. Die Liege dauert ja ewig, bis die kommt. Wir müssen kurz mal ein kleines Eisbad nehmen hier. So. Okay, jetzt nochmal abkühlen. Und jetzt, die Liege ist am Start. Okay, okay, okay. Probier mal dein Glück, probier mal dein Glück. Wieso, was ist denn? Bro, du hast es übelst schwer, da mitzulaufen vom Tempo, du nicht? Weil du sonst auch noch hinten hinterfällst. Bro, ich finde es übelst schwer, ich bin schon wieder draufgegangen. Als ob, also ich habe es jedenfalls geschafft. Hä, wie kannst du das easy hinbekommen, ich finde es hardcore schwer. Ich warte ganz gut hier auf dich, ich habe mir hier sogar noch einen Sessel geholt. Ich habe geskippt, egal, jetzt bin ich ganz woanders, Bro. Ey, was? War doch eine Rechnung, die ich hätte einsammeln können. Warte. Oh, Bro. Das gucke ich jetzt, ob ihr noch eine Rechnung wisst. Ich dachte, ich skippe und komme zu dir. Ja, hier ist eine. Nein, mach keinen. Drei von zehn. Bro, was ist das? Okay, warte, jetzt muss ich hier durch. Ah, ha, ha, tja, mein Kollege. War da echt noch eine? Komm, hier kurz. Ja, klar, war eine Rechnung. Ey, kannst du da nicht hochgehen jetzt? Ja, komm, dann geh mal her, warte. Dann lass mich auf deinen Kopf springen, vielleicht kriegst du es dann noch. Wir können nicht, wir sind durchsichtig. Natürlich geht das, komm doch her, das geht doch, geht doch gerade. Nein, du kannst nicht auf meinen Kopf springen. Aber ich kann hier rauf springen. Hä? Ich kann hier echt einfach durch. Mir ist ja gar keine Rechnung. Digga, du unkorrekt, Alter. Der größte Prank im Leben einfach. Das war der größte Prank im Leben gerade. Ja, Mann, Junge, unglaublich. Ja, es kommt davon, wenn du Außersehens gibst, ja, Außersehen. Was soll das heißen, hä? Oh, hier durch. Oh mein Gott. So. Okay, wo? Ah, ja, du hast die Rechnung nicht gesehen. Hilfe, Hilfe. Du hast die Rechnung nicht gesehen. Wie meine ich nicht? Wie meine ich nicht? Da war keine Rechnung. Die bei den Stühlen. Hä, da war keine Rechnung. Da war eine im Busch, in so einem Busch rechts. Also, Kaspar, ich glaube, ich habe noch nie so einen schlechten Versuch gesehen. Okay, 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 okay. Wahrscheinlich kommen zwei Rechnungen direkt hintereinander. Okay, pass auf, ich gebe dir die Schöp... Du kannst kein Checkpoint zurück. Du kannst kein Checkpoint zurück. Ich sage dir, ich... Ich habe eben alles abgecheckt, da war nichts. Bro, ich habe sie eingesammelt, die hing im Busch. Sie hat nur noch eine ganze Zeit gefunkelt. Du hast sie kaum gesehen. Da war nichts. Ich habe sie eingesammelt. Wie viel hast du denn? Ja, dann träum weiter. Dann träum weiter. Ich habe vier von zehn. Dann träum weiter. Hä, wie hast du denn vier von zehn? Hä? Ich habe auch vier von zehn. Hä? Dann musst du sie ja eingesammelt haben im Busch eben. Alter. Hier muss man... Ah, hier muss man es heben, oder was? Ja, ja, ich glaube, ja. Oder? So. Achtung, muss die Rollstuhl jetzt hier vorbeikommen. Oh Gott, ist die voll voll für die Anfänger hier, oder was? Ich glaube schon, ja. Da muss man nicht safen. Nein, wir laufen doch im Kreis gerade, oder nicht? Musst du irgendwo hin? Hier. Ah, hier, okay. Okay, macht Sinn. Das war natürlich ganz viel Sinn. Oh, hier ist noch eine Rechnung. So, richtig. Ein von zehn, let's go. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich noch irgendeine andere Rechnung, oder so, ne? Hoffen wir mal. Ich werde es hier irgendwo eine übersehen. Hier irgendwo? Oh Gott. Ach, Mann! Ist runtergefallen. Ich muss hier noch ganz unten, Digga. Oh, Mann. Ey, das sind wirklich krasse Kettensägen, oder sowas. Kettensägen? Da bist du schon. Oh Gott, ich sehe es gerade. Wie nennt man das nochmal, eine Säge einfach? Ja, so eine Stichsäge, oder wie das heißt. Lass dich bloß dich kaputt sägen, ne? Ich habe mich leider direkt zersägen lassen. So. Dann geht es jetzt hier hoch. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Und durch. Ich warte mal hier auf dich. So, ich komme auch schon. Oh Gott, oh Gott. Die sind so gruselig, die Sägen hier. Okay. Also, ich bin schnell vor dir oben. Vor dir oben, weil ich bin ein Tropfen hier. Okay, okay, okay. Vor dir. Wie du dich da noch hingestellt hast, damit ich dich nicht sehe. Digga, unglaublich. So, Achtung, hier kommen ein paar Tropfen, ne? Höh? 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 Oh, hier lang? Ohne Probleme hier. Ich habe immer noch keinen einzigen Tod, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Krass. Krass. Okay, du bist auch immer gut unterwegs heute. Was haben wir jetzt hier? Was ist denn das? Oh mein Gott. Ist nicht. Alles gut. Alles gut. Nichts da oben. So. Alles gut. Ja, ja, ja. Okay. Warte, jetzt? Ja, ja. Wie warst du? Ich habe 6 von 10 jetzt gerade. Wie warst du? Wo hast du denn jetzt den 6 eingesammelt? Hä? Ja. Äh? War da oben einer, oder was? Ja, klar. Und du musst dich gerade selber verraten. Nääääh. Weil du ja hast gesagt, du hast 5 von 10. Mal sehen. Alter, wer macht denn hier das Gehirn so kaputt? Ähm. Gute Frage. Ich denke mal, das ist hier der Arzt, ne? Der behandelnde Arzt, oder so. Du kannst auch auf diese grünen raufspinnen kannst du, ne? Ah, okay. Ja. Der erste Tod. Ich glaube es nicht. Iiiiiiii. Ja, ich habe nur ein Experiment gemacht. Iiiiiiii. Ich habe nur ein Experiment gemacht. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Hast du doch gesehen. Jetzt kriegst du nicht mal mehr ein Abzeichen mit 0 Tod hier gewonnen. Brauche ich auch nicht. Immerhin habe ich weniger Tode als du. Von daher bin ich damit zufrieden. Ja und? Wie fährst du denn? Du hast 5 Tode? 6? Mehr. Mehr? Mehr. Was war das denn grad? Noch ein Dreck hinterher. Was war das? Hier achten, hier kommen so Spritzen. Du darfst hier nicht abgespritzt werden. Ich habe die gar nicht gesehen. Oh Gott. Schnell. Du musst aufpassen. Oh Gott. Die sind auch voll schnell. Die spritzen sich grad. Jaja. Da musst du richtig vorsichtig sein. So. Und tipp auch noch. Bei uns ist ja so eine Röhre wo Wasser rauskommt. Und tipp auch noch. Irgendwie so Zeug rauskommt. Und ich frag mich gerade ob da einfach. Ob man da vielleicht hätte reingehen können. In diesen Gang da hinten. Hm. Oh. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Deswegen hab ich ja gesagt. Das war blöd, dass du es gekauft hast. Oh Gott. Oh Gott. Wo bist denn du jetzt überhaupt nicht? Ich seh dich gar nicht. Du bist da oben bei den Bettenschonen, Digga. Was musst du denn so schnell? Ach, Digga. Du hast dich getroffen, Bro. Das ist ja wirklich unglaublich. Jaaaa! Du kommst hier nicht vorbei. Wo bist du? Mit längstem Checkpoint, Digga. Du bist so blind. Ich seh dich nicht. Oh mein Gott. Ich bin hinter dir. Siehst du mich nicht? Iiiiihihi. Haha. Ich war noch nicht anders als beim Checkpoint. Und jetzt bin ich. Alter, hier war ein Checkpoint. Alter, ich stand die ganze Zeit oben ohne Checkpoint. Okay. Oh mein Gott. Jetzt ist mir... Alter, wir sind endlich dran. Wir sind dran. Ah. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh Gott. Die ist hinter mir. Die ist hinter mir. Lass mich in Ruhe, Granny. Oh Gott. Oh Gott. Da musst du die ganzen Knöpfe drücken, sehe ich gerade. Oh Gott. 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 Ich hab Angst vor ihr. Oh nein. Hast du das geschafft? Nein. Ja, ich guck auch noch die ganzen Türen durch, ob da noch irgendwo ein Geheimraum ist. Weißt du? Wegen Dings. Wegen den Rechnungen. Hä? Ich war beim Raum schon bei dir. Ehrlich? Was ist denn? Ja. Und du hast die mich einfach geholt. Trotzdem. Jetzt schon wieder. Hat sie dich geholt oder was? Ja. Die holt mich gerade Zeit. Was ist mit der? Ich hab dich gerade geholt. Oh Gott. Das ist nicht dein Ernst, Digger. Das ist nicht dein Ernst, Bro. Ich stand an der Tür und hab die ganze Zeit geschlagen. Oh mein Gott, Digger. Ich glaub's nicht. Du bist genau in den Moment bist du reingegangen. Bro! Schon wieder hast du mich geholt. Digger. Immer auf. Jetzt ist die vierte Marsch immer so. Okay, okay, okay. Ich geh jetzt hier nach unten. Was? Oh mein Gott. Was ist da? Alter, hast du dich denn unsichtbar gemacht? Boah! Ich weiß doch nicht wieder, wie es weg geht. Ja, deswegen. Das hast du schon mal gemacht. Ich weiß auch, was er sehen. Okay. Ist hier immer noch eine Rechnung? Ah, das kann ich angehen jetzt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Wo sind wir denn hier gerade? Das ist übelst eklig aus auch. So Bacon oder so. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wo bin ich? Ahhhh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst hier. Was? Oh. Oh mein Gott. Wo bist du denn jetzt? Oh mein Gott. Ich hab noch eine Rechnung eingesammelt. Hast du die auch eingesammelt? Ich bin grad bei der gerade. Wo denn? Äh, mitten im, wo du schwimmst. Okay, wo ist die Rechnung? Das verrate ich dir nicht, Digger. Die hast du nicht verdient, die Rechnung. Neun von zehn, ne? Ich such die mal. Ich such die gerade hier. So, ist hier noch eine irgendwo? Ich zieh dich halt nicht mal. Das heißt, du bist doch viel zu weit weg, oder was? Ich bin jetzt gerade losgeschwommen. Ah, hier ist eine Rechnung. Ach so, ach so. Die meine ich auch. So, hier rum. Alter, die ist doch schwer einzusammeln. Hier rum. Hier rum. Hä? Ist hier jetzt noch eine Rechnung irgendwo? Oh Gott, hier liegt es nach oben? Ich habe jetzt. Acht von zehn. Oh, hier muss man voll krass tauchen. Vorsichtig. Oh Gott. Wo ist hier die nächste Rechnung? Wo ist denn die? Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Es gibt nur eine da. Oh, Bro. Wie schwer. Wie schwer. Oh. Digga, man muss da so voll krass nach oben tauchen. Wieso sehe ich mich auch nicht? Ist voll schwerer so. Oh, ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Checkpoint. Okay, jetzt kann ich mich zurücksetzen hier. So, zurücksetzen. So lange, bis ich mich sehe. So, da bin ich noch wieder. Zack. Easy. Und jetzt muss man jetzt lang. Ich gehe nach oben. Ah, hier muss man durch. Ah. Sehr gut. Ah, da bist du auch wieder. Jetzt sehe ich dich wieder. Sehr gut. Ja, endlich mal. Sag mal, nach zehn Jahren. So. Ich würde sagen, direkt durch. Pass aber auf die Rollstühle auf. Ich sehe da hinten auch schon eine Sache, ne? Ich sehe da eine Sache. Ja, ja, okay. Ich sehe da die letzte Rechnung. So. Oh mein Gott, Bro. Vorsichtig. Das ist die letzte Rechnung. Ganz vorsichtig. Hier sind ganz viele. Dega. Ja. Also jetzt sind wir ehrlich, Alter. Endlich zehn. Wir haben alle zehn eingesammelt. Boom. Rechnungen, Rechnungen. Geil, geil, geil. Danke für deine Schmerzen. Ja. Oh mein Gott. Finaler Kampf. Oh, jetzt geht's ab hier. Alter, was hatten die für einen Roboter? Alter. Was ist los bei der? Was ist denn das? So ein Gehirnroboter. Oh mein Gott. Schieß auf die. Das ist ein absolutes Superhirn oder so. Ja, pass auf, pass auf. Oh mein, aua. Die macht voll Schaden, Alter. Die ist voll gut. Wir haben ja gar keinen Schaden gemacht. Oh Gott. Da hat nämlich getroffen mit dem Gehirn eben. So, aber jetzt. Alter, die ist schon halb down. Die ist schon halb down. Tja, was machst du jetzt? Hä, du gruselkrankenschwester? Boah, 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 boah. Du stinkst. Du hast absolut keine Chance. Du hast absolut keine Chance. Und. Boom. Und kaputt. Yeah, 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 yeah. Digga, die haben ja komplett besiegt. Ey. Oh. Ey. Let's go. Die haben die so geholt, ne? Sehr, sehr stark. Alter. Die haben die so gut. Die haben einfach alles geschafft. Wie viel Abzeichnis hier gibt. Jo. Wir sind entkommen. Und nach Hause jetzt. Los. Leute, wir sind entkommen. Lasst ein Like und noch ein Abo. Da weißt du nicht. Und du bin nicht weiter. Umgängst von diesen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und ciao, ciao.